Herzlich willkommen! Im heutigen Video geht es um das Thema, dass ein Hund aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz einzieht und ihr bekommt sechs Tipps für einen guten Start. Wir fangen direkt an mit einer wichtigen Sache, nämlich den Hund am Anfang nicht überfordern. Hört sich ja relativ einfach an, aber genau der Gegenteil passiert häufig. Die Hunde, die aus dem Tierheim kommen oder aus dem Tierschutz, die haben ja häufig eine sehr, sehr lange Reise hinter sich, die sind viele Stunden irgendwo in der Box gewesen, eingesperrt, kommen vielleicht mit dem Flugzeug oder mit irgendeinem Transporter oder kennen letztendlich nur ihr Tierheim. Und wenn die Hunde dann kommen, die Familie freut sich in der Regel und dann wird der Hund präsentiert den Freunden, den Kindern, Bekannten und so weiter. Und das ist meistens einfach ein bisschen viel. Man sollte den Hund erstmal ankommen lassen, bedeutet, wenn man den Hund abgeholt hat, vielleicht erstmal eine Runde laufen. Die Hunde sind ja sehr, sehr gestresst durch das, was sie auf dem Transport erfahren haben und von daher erstmal ein bisschen Ruhe bewahren, mit dem Hund eine Runde laufen und wenn man dann drin ist, den Hund auch einfach mal ein bisschen was erkunden lassen. Wichtig ist auch, dass der Hund da einen kleinen Rückzugsort hat, dass er irgendwo sich ein Stück weit zurückziehen darf, dass er die Menschen überhaupt erstmal kennenlernt, weil viele Hunde aus dem Ausland haben gar nicht so eine positive Einstellung zu uns Menschen, wie wir das hier in Deutschland kennen. Da gibt es Hundefänger, da werden Hunde ganz anders behandelt. Also Hunde sind viel, viel skeptischer gegenüber den Menschen, als wir das hier kennen. Und da sollte man einfach auch ein bisschen drauf achten und den Hund erstmal ankommen lassen, sollte sich das Gelände angucken können oder auch die Wohnung und dann das Ganze nach und nach machen. Es gibt genügend Möglichkeiten, dem Hund die Welt zu zeigen. Man sollte unbedingt vermeiden, jetzt am ersten oder zweiten Tag durch irgendwelche Innenstädte zu laufen, mit dem Hund Bus zu fahren, direkt ins Auto zu packen, alle möglichen Sachen dann zu machen, so dass der Hund einfach überfordert ist. Diese Stresshormone, die die Hunde oft mitbringen, die legen sich auch erst mit der Zeit. Das dauert also teilweise Tage und dann wirklich mit kleinen Schritten losgehen. Wir haben hier neben mir sitzt die kleine Greta. Das ist eine Welpe, die auch aus dem Tierschutz gekommen ist, die jetzt gerade hier in die Pflegefamilie eingezogen ist. Und die kennt gar nichts. Sie kennt auch nicht die Leine. Die ist also gerade erst mal mir gegenüber auch sehr skeptisch gewesen. Und dann ist sie immer so ein bisschen weggelaufen und an der Leine wollte sie sich nicht anleihen lassen, hat dann in alle Richtungen gezogen. Jetzt habe ich ihr erstmal vermittelt, dass Nähe nichts Schlimmes ist, dass wir hier ein bisschen Ruhe machen, machen eine kleine Ruheübung mit ihr. Und vor allem lernt sie auch, dass sie durch dieses Wilde an der Leine ziehen quasi sich nicht da entziehen kann, dass es nichts bringt. Aber wenn sie so nett ruhig hier sitzt, dann ist alles okay. Dann kriegt sie auch mal ein Leckerchen von mir. Also die Hunde erst mal in Ruhe ankommen lassen. Tipp Nummer zwei ist denkbar einfach und für viele von euch vielleicht auch logisch. Aber ich sage es trotzdem, die Hunde am Anfang nicht ableihen. Und mit Anfang meine ich auch wirklich die ganzen ersten Wochen. Die Hunde haben ja in der Regel noch gar keinen Bezug zu euch aufgebaut. Und viele machen dann den Fehler, so nach den ersten Tagen oder nach der ersten Woche, dass wir mit dem Hund irgendwo hinfahren und sagen, naja okay, der ist schon dreimal gekommen, wenn ich ihn gerufen habe und hat sich ein Leckerchen abgeholt, dann wird der Hund abgeleint. Und das ist meistens zu früh. Man sollte also wirklich den Hund am Anfang nur mit dem Geschirr, mit einer Schleppleine dran laufen lassen, den Rückruf trainieren, eine gute Beziehung zum Hund erstmal herstellen, sodass man sich auch sicher sein kann, dass man den Hund abrufen kann. Auch in Situationen, wo mal andere Hunde kommen oder wo der Hund sich erschrickt oder irgendetwas passiert und dann erst den Hund ableihen. Also am Anfang immer Leine dran bzw. Schleppleine dran. Tipp Nummer drei, die Hunde richtig vergesellschaften. Häufig ziehen Hunde aus dem Tierschutz ein und es gibt schon einen Hund zu Hause. Sie werden also Zweithund oder Dritthund. In diesem Fall sollte man die Hunde richtig vergesellschaften. Richtig vergesellschaften bedeutet nicht den Hund direkt mit nach Hause nehmen, ins eigene Territorium. Ist denkbar ungünstig, sondern sich die Hunde erstmal beschnuppern lassen, im wahrsten Sinne des Wortes kennenlernen lassen. Fahrt mit den Hunden irgendwo hin, zu einem neutralen Gelände. Das sollte auch nicht unbedingt die normale Hausrunde sein. Und lasst die Hunde da mal zusammen laufen. Guckt euch das Ganze an. Guckt euch an, wie die Hunde miteinander umgehen, ob die Hunde sich mögen. Und wenn ihr die Chance habt, das zu machen, bevor ihr einen Hund aus dem Tierschutz zu Hause aufnehmt, dann könnt ihr das auch so machen. Das ist natürlich der Idealfall. Wenn ihr euch das dann angeschaut habt, nehmt den Hund dann mit nach Hause, wenn ihr einen Garten habt. Startet mit dem Garten und geht dann erst in die Wohnung. In der Wohnung, da sind häufig dann irgendwelche Sachen, gewisse Ressourcen wie ein Futternapf, wie bevorzugte Liegeplätze, Spielzeuge oder irgendetwas anderes, wo es doch mal Meinungsverschiedenheiten geben kann. Und da geht es auch darum, am Anfang drauf zu gucken. Gibt es Meinungsverschiedenheiten? Können die Hunde das konstruktiv lösen? Vielleicht funktioniert das wunderbar. Es gibt gar kein Problem. Aber auch da der Tipp, lasst die Hunde am Anfang nicht alleine. Guckt wirklich die ersten Tage drauf, bis sich das so ein bisschen eingependelt hat. Weil häufig ist es so, dass man Hunde draußen vergesellschaftet. Und man sieht, okay, die haben jetzt eine Runde miteinander gespielt. Und dann nimmt man sie mit nach Hause und da gibt es doch irgendein Problem oder es knallt dann doch mal. Muss nicht unbedingt schlimm sein. Aber da solltet ihr auf jeden Fall am Anfang dabei sein und euch das Ganze anschauen. Tipp Nummer 4. Liegeplätze zuweisen oder besser gesagt einen festen Liegeplatz zuweisen. Die Hunde, wenn sie bei euch ankommen, sollten direkt einen festen Platz haben. Das hilft den Hunden zu entspannen. Die Hunde, die die ganze Zeit in der Wohnung rumlaufen, die euch verfolgen, die so kleine Stalker sind, hinterherlaufen. Ja, da denkt man manchmal auch ganz nett, der Hund möchte sich ja an mich binden, aber das tut den Hunden wirklich nicht gut. Also schaut, dass ihr den Hunden einen Liegeplatz zuweist, sie dort hinbringt und dass die Hunde dann auch entspannen können. Gerade dieses Ruhen und Entspannen ist für Hunde enorm wichtig. Sonst habt ihr nachher einen Hund, der gar nicht zur Ruhe kommt, der die ganze Zeit durch die Wohnung rennt und das ist nichts Gutes. Hier jetzt nochmal eine Besonderheit, was Auslandshunde oder Tierschutzhunde betrifft. In der Regel kann ich mit Hunden sehr schöne Übungen machen und kann Grenzen aufzeigen. Wir machen das überwiegend ja körpersprachig, also wir gehen auf den Hund zu, wir schränken den Hund ein, wir zeigen da kleine Grenzen. Wenn jetzt Auslandshunde zu euch kommen, ist es so, dass die häufig einfach Menschen anders kennengelernt haben, dass sie Angst vor Menschen haben. Und da ist das nicht unbedingt das, was man zuerst machen sollte. Man sollte da versuchen, erstmal Vertrauen aufzubauen. Ich kann das auch über eine gewisse Ruhe machen, über eine Fütterung, über eine Handfütterung. Am Anfang soll natürlich nicht dauerhaft gemacht werden, aber als sogenanntes soziales Brückenglied kann ich das Ganze schon nutzen. Und was da super hilft, ist eine Hausleine. Das heißt, ich mache einfach eine Leine dran, die 1,50 Meter, 2 Meter lang ist, die bleibt einfach die ganze Zeit dran, verlässt der Hund sein Körbchen, dann nehme ich die Leine einfach hoch, bringe den Hund da wieder hin und so muss ich nicht direkt den Hund körpersprachlich einschränken. Das ist ja in einen Konflikt gehen mit dem Hund und das ist einfach nicht das, was ich direkt am Anfang machen möchte. Das sollte man in der Regel nach und nach natürlich machen, ist wichtig, aber vielleicht nicht am Anfang. Am Anfang geht es ja darum, dass der Hund erstmal die Wohnung, die Menschen, alles positiv verknüpft, dass der Hund sich entspannt ein Stück weit ankommt, habe ich ja schon gesagt. Und dann kann man nach und nach auch anfangen, Grenzen aufzuzeigen. Bei der Wahl des Liegeplatzes solltet ihr darauf achten, dass dieser nicht an irgendwelchen strategischen Stellen ist, gerade in Familien, wo vielleicht Kinder vorhanden sind oder wo viele Leute hin und her gehen. Nicht im Flur, sodass der Hund da alles überblicken kann oder dass er die ganze Zeit gestört wird, sondern vielleicht irgendwo in einer Ecke, wo der Hund trotzdem am sozialen Leben teilhaben kann, aber dennoch so einen kleinen Rückzugsort hat. Das ist da auch einfach geeignet für die Hunde, dass sie da wesentlich besser entspannen können. Tipp Nummer fünf, diesen Hunden Sicherheit bieten und führen, vernünftig führen. Das ist eines der größten Missverständnisse, dass man bei ängstlichen Hunden dann glaubt, ja okay, sie brauchen besonders viel Zeit und man muss sich besonders auf sie einstellen und macht dann sehr, sehr viele Abstriche. Und der Gegenteil ist der Fall. Natürlich brauche ich da Geduld und natürlich muss ich mich auch auf einen solchen Hund einstellen. Aber solche Hunde sollten auch geführt werden. Wenn ich als Mensch den Hund führe, wenn ich Verantwortung übernehme, wenn ich Situationen rege für den Hund, dann orientiert der Hund sich an mir, überlässt mir die Verantwortung und das führt letztendlich auch zu einer Reduktion von Stress bei dem Hund und hilft dem Hund mit seinem Menschen gemeinsam durch den Alltag zu gehen. Und das sind kleine Sachen, womit man anfangen kann, beispielsweise mit der Leinenführigkeit. Auch da kann ich schon damit anfangen, dass ich irgendeine Regel vorgebe, dass ich sage, so du läufst nicht in alle Richtungen links, rechts, vorne, sondern du läufst hinter mir oder du läufst neben mir an einer kurzen Leine. Ich gebe die Richtung vor, ich begrüße andere Menschen zuerst, ich begrüße andere Hunde zuerst. Das lernen Hunde sehr, sehr schnell. Natürlich kann man dann, wie gesagt, eine Schleppleine dran machen und die Hunde dann auch mal laufen lassen. Sie brauchen ja auch mal ein bisschen mehr Bewegungsspielraum. Aber am Anfang kann ich schon versuchen zu fühlen, das heißt auch den Hund ein bisschen in der Bewegung einzuschränken. Aber auch das, wie ich beim Liegeplatz gerade schon gesagt habe, natürlich ein bisschen sensibel machen und gucken, was habe ich da für einen Hund, welche Beziehung hat der überhaupt zu den Menschen bzw. was hat er kennengelernt. Mein letzter Tipp für euch. Klare Regeln vorgeben von Anfang an. Und zwar definieren, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und zwar einheitlich mit der ganzen Familie. Das wird auch häufig falsch gemacht. Der eine macht so, ein anderes Familienmitglied macht dann irgendwie was anderes und überlegt euch direkt, was darf der Hund? Darf der Hund zum Tisch kommen? Bekommt er da was oder bekommt er da nichts? Darf der Hund Schuhe klauen, damit durch die Wohnung rennen? Wenn er das nicht darf, dann verbietet es und auch direkt von Anfang an. Nimmt den Schuh weg, schränkt den Hund da kurz ein, sagt nein, das darfst du nicht. Und so zieht sich das durch den ganzen Alltag. Es kann auch sein, vor der Türe warten, bevor man rausgeht oder irgendwelche anderen Sachen. Und welche Regeln da wichtig sind und welche nicht, muss jeder für sich selber definieren. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, man nimmt den Hund mit auf die Couch oder irgendwie was. Also gar kein Problem. Wichtig ist nur, dass man Regeln klar definiert und diese dann auch von Anfang an umsetzt und dem Hund vermittelt. Und ich kann dem Hund von Anfang an zeigen, was ich möchte. Also das natürlich auch positiv belohnen. Aber ich sollte auch von Anfang an dem Hund klar machen, was ich nicht möchte, was in diesem Haushalt oder in dieser Familie nicht erlaubt ist. Und nur so kann der Hund ganz einfach und klar verstehen, wie er sich verhalten soll. Und das führt letztendlich dann auch zu einem viel, viel schöneren Miteinander. Und das führt viel schneller auch dazu, dass der Hund sich an euch bindet und sicher mit euch durchs Leben geht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Das war's. Los geht's. Jetzt geht's. Ich bin성을. Ich bin. Ich bin.